Schönen guten Abend hier, der Drachmorin. Oder guten Tag, oder guten Morgen. Ich hab jetzt mal... Ach, nö. Boah. Wieso hat er mich angegriffen? Boah, ey. Alter, Falter, ey. Naja, gut. Wo war ich jetzt hier eigentlich? Äh, ich war jetzt hier. Ah ja, genau. Ich weiß, was ich noch wollte. Äh, da... Geht's da jetzt zurück oder da längs? Ich wollte mich zurück. Ich hab nämlich mal was nachgelesen. Hier geht es... Zurück, genau. Zurück zu unserer Insel. Da wollte ich jetzt mal nochmal schnell... Äh, jetzt sind wir hier. Und von hier... Da. Ja, hier muss ich noch was ändern. Geht's hier zurück? Oder geht's hier weiter? Da. Da. Geht's längs. Hier geht's doch... Weg von der Insel. Oder? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Oh. Ich hab so ein bisschen Geräuschen. So, wenn man jetzt... Hier ist, soll man den... Da. Wenn man da ist, soll man da. Wenn man da... Ich glaube, hier geht's mich. Doch, hier geht's zur Insel. Genau. Ja. Ja. Ach da. Wenn da längs. Wenn da, dann da. Nee, hier geht's weg von der Insel. Oder? Ach, schnell. Hier geht's doch weg von der Insel. Hier geht's... Wir waren nicht so weit weg. Oder? Weil ich hab mich was da rausgefunden. Ich hab was gelesen. Und das wollte ich jetzt mal ausprobieren. Dann... Okay. Kann das auch drüben holen. Aber dann halt, je nachdem... Müssen wir mal gucken. Ja, jetzt geht's hier... Weg von der Insel. Müssen wir mich gleich drüben. Okay. Naja, gut. Äh, da wollte ich ja eh nach einem Sattel gucken. Ähm... Weil ich ja mal was wollte. Und da. Ich muss hier den Weg doch noch ein bisschen... Einfacher machen. Also einfacher sichtbar, mein ich. Okay. So. So, hier auch die Treppen. Aber ich will jetzt erstmal... Rüber. Und hier kann ich dann auch nochmal... Was verbessern. Mit dem hier. Ja. Oop. Aber okay. Zack. Ja. Wo war... Wo ist das so schön? Die hätte ich gerne... Äh... Ja. War hier nicht ein Boot oder was? Oder bin ich... Oh, da ist noch was mitgekommen. Guten Tag. Verschuldigt das wieder? Nee. Wollen wir sehen. Wer ist gleich hier wieder da? Wer hat mir noch da her gesagt. So. Ja, ich finde das geil. Es gab jetzt wieder ein, zwei Tage. Je nachdem, ob ich die Folge heute noch hochlade. Äh... Hatte ich ja nicht vor. Aber es ist mir sehr spät. Es freut mich aber, die eine Folge, die 178ste. Über 50 Klicks. Also dass das jetzt immer häufiger vorkommt, glaube ich nicht, dass man die einfach nur anklickt und dann... Ach ja. Ja. So, äh... Klicke ich mal weiter. Und dass die dann auch wirklich angeschaut wird. Eventuell bis zum Schluss. Finde ich nice. Ich freue mich einfach mega. Ich kann es gerade nicht so emotional sagen. Oder es kommt vielleicht nicht so emotional rüber. Ähm... Weil es für mich abends ist. Wie ich am Anfang sagte. Und... Ja. Ich merke, dass ich müde werde. Ich wollte es aber noch aufnehmen. Genau. Ja. Willkommen wieder in meinem Dorf hier. Äh... Hier wollte ich... Wieder... Einige Zeit verweilen. Ähm... Hä? Was mache ich da jetzt? Nee. Ich wollte was ganz anderes gucken. So. Aber was hat mich hier... Da. Die wollte ich mitnehmen. Okay. Cool. Hier haben wir keinen Verzauberungstisch. Das wollte ich dann aber noch mal. Ah ja. Okay. Das war das. Und was war hier. Das war das. Ah ja. Hier ist das elektrisch. Elektrisch. Sag ich schon. Ähm... Okay. Okay. Was hat mir hier nochmal gemacht? Ah. Ich lasse das mal. Kennzeichen. Schlusslich. Ja. Aber guck... Kein... Ach... Ich... Mecker. Ich bin mega müde, ey. Aber okay. Haben wir hier? Hier haben wir sowas. Okay. Haben wir noch irgendwas? Äh... Äh... Nee. Ah ja. Okay. Äh... Zack. Neverwreck. Äh... Passt nicht, ne? Nimm mich die mal mit. Und... Nein. Das. Das. Dann hier drunter. Ach so. Ja. Äh... Das haben wir gar nicht. Ah ne. Ist eh nicht das gleiche, ne? Egal. Rot in der Satz. Ziegel. Ach so. Die wollte ich hier so mitnehmen. Genau. Goldnackels. Ach so. Hab ich hier abgeworfen letztes Mal, ne? Gut zum Kite. Ah, die wollte ich ja einfach so mitnehmen, ne? Genau. So. So. Glück, dass mehr ist drei. Das ist schon mal gut. Haben wir hier ein... Haben wir nicht, ne? Wie für Eisen? Eisen. Eisen haben wir denn hier. Eisen haben wir hier, oder? Versteckt. Da. Haben wir hier überhaupt ein... Amboss wollte ich schon sagen. Ja, Amboss meine ich ja. Der hat einen Sattel, ne? Das Pferd hier. Das hat einen Sattel. Okay. Den dürfen wir nicht... Da ist ein Hund. Ach du Scheiße. Wir haben keine Schafe mehr. Dieser Hund hat... Dieser Hund hat... Oder Wolf... Hat alle Schafe gerissen. Boah, wie... Doof. Ja. Okay, der ist aber jetzt gefangen, ne? Aber wie ist er da reingekommen? Der ist da... Der kann ja nur da drin... Da drin gespawnt sein. Hier haben wir auch keinen... Dings, ne? Ne. Ja, warte mal. Dann machen wir den zu unserem Hund. Auch wenn der jetzt so böse war. Aber es ist ja... Der Wolf. Den wollen wir jetzt. Ja. Eins, zwei. Na, ich nehme mal vier mit. Ich glaube, ich würde das ein bisschen brauchen. Aber... Ich wollte gerade sagen, der hat dann auf unser Dorf schon aufgepasst. Ne, hat er nicht. Eigentlich müsste ich ihn... Müsste ich ihn jetzt bestrafen. Aber es ist ja nur ein... Eine Datei letztendlich. So. Eine Datei auf dem Computer. So. Jetzt haben wir jetzt hier noch. Da haben wir nix. Hier hatten wir den. Den, genau. Da haben wir aber auch nix tun, ne? Und da irgendwas tun, ne? Ne. Gar nichts. Okay. Wie noch irgendwas? Ne, da haben wir nur das. Achso, okay. Mein Eier. Gut zu wissen. Was ist hier? Dann, okay. Gut. Äh, achso, ja. Ne, da. Die, raus. So. Das wollte ich dann im... Dann mach' ich mal eben ein... Amboss. Ja, wir haben noch keinen Amboss hier. Brauch' ich drei von, ne? Oh ja. Äh. Okay. Amboss braucht immer viel, find' ich. Viel, glaub' ich, oder? Kann das sein? Ich glaube, der geht doch so, oder? Ja. Boom. Dann fang' ich den direkt mal hier hin. Ne. Ach, das war eben Dings, ne? Wozu brauchte ich den jetzt? Äh, mal gucken, ob ich die Angreize dann mache. Nur Level 28. Äh, wir haben noch aber auch... Ja, es wird langsam dunkel. Eigentlich kann uns an ihrem egal sein. Schade, wir brauchen immer neue Schafe. Genau, und die hier wollte ich dann gerne reintun. Äh, jetzt passt die dann eh nicht rein. So. Die alle Sachen reintun. Ja, festgestellt, das wird besser. Oh. Und geh' nicht dazwischen. Ja. Das wird auch immer da zu wenig. Ähm. Na egal, das wollte ich jetzt eh nicht machen, eigentlich. Na? Ja, gar nix. Ah, hier haben wir so einen. Den wollte ich da effizient. Äh. Ja, kann man eigentlich nutzen, oder? Ne. Ja, Mohin, was machst du jetzt hier eigentlich? Ist eigentlich egal. So. Egal, ich mach das jetzt. Ich hol mir die Erfahrung jetzt. Ist egal, wenn... Ich werd hier irgendwann... Ne, hier nicht. Da. Ah, das ist ein nettes Lied. Das passt eigentlich für Never. Never. Ah, unten gucken. 28. Da. Da hat hier gar nix gebracht. Gar nix. Wo der ein so'n Ding rauskam. Geil. Was? Das sind Monstern. Ich muss mal gucken, ob nicht das hier welche... Ah, das ist das Pferd. Okay. Ähm. Wollen wir mal gucken. Das hier wieder ein... Ah, das ist in Ordnung für den Kühler. Ähm. Ähm. Wollen wir mal gucken. Ja, egal. Haben wir jetzt so. Äh. Ah, nee. Rohgold. Rohgold kann man dings... Und die so. Äh. Wartet mal. Das wird... Ne, sechs. Okay. Ja, hatte ich doch... Ja, genau. Ich wusste es, dass es passieren könnte. Oh. Ich hasse das. Wisst ihr das? Ich hasse das. Sehensam, sehensam. So. Hey. So. Wieso ist das? Okay. Wollen wir in die Truhe denn? Wollt ihr eingesammelt? Ne, ne? Ich hab's geahnt. Und der Dramoin geht trotzdem nicht. Macht keinen mehr... Ähm. Ne, hier. Ja. Ja. Wo ist die Truhe? Ist die weg? Da ist eine Truhe, aber es waren ja zwei. Ich mach's erstmal rein. Und wenn dir die Sachen, die hier waren, nicht verschwinden. So, jetzt ist aber trotzdem eine Truhe weg. Ich guck da später rein. Ich hab das... Eigentlich was ganz anderes vor. Eigentlich was abenteuerliches. Und nicht hier irgendwie... Ja, Hund, genau. So. Zwei Sachen, und da ist verschwunden. Äh. Woher kommt jetzt der? Der war da drinnen, ne? Ich hab's... Das glaub ich gar nicht, wie ich das hasse. Ähm. Wo war der jetzt? Da war da auch ein Baumstamm, oder nicht? Oh, ne. Ich pack jetzt erstmal alles hier rein. Ist mir egal. Egal. Ich hab keine Lust. Ich mach das... Doch, der hatte ich ja mit. Ähm. Ähm. Was ist jetzt mit der Musik? Ach, die ist zu Ende. Okay. Fangen wir mit der 3er oder mit der 1er nochmal an? Oder mit normalen... Äh. Witcher. Drei Soundtrack. Drei Stunden 33. Nein. Ach, nö. Kommen die noch? Ich muss wieder schlafen. Machen wir gerade keine Musik. Ja, der kommt mit mir schon. Okay, kommt her. Ich... Ich hab gerade null Bock auf euch. Wo? Da. Zwei. Wo ist der? Ja, gut. Dann kommt jetzt mal hier. Nee. Wo war das jetzt da hin? Hier war die. Dann kann ich da halt die wieder hinstellen. So. Eine. Da hin. Ach, der ist ein Monster. Ich sollte schlafen gehen. Ja, ist mir gerade egal. Das... Mach ich dann, wenn... So. Wenn da erst ein Gypa rankommt, ne? Dann zerschlage ich den. Und zwar bevor er... Explodieren kann. So, Hund. Aber du bleibst auch hier. Soll es mich... Wo bist du denn? Und... Du bist... Da bist du. Okay. Gut. Dann geht's jetzt erstmal zurück, ne? Glück. Doch, das behalte ich mal. Naja, genau. Ich kann hier mal gebrauchen. So. Äh, was goldene ist an vielleicht? Ne, ja gut. Ich freu' ich gar nicht. Warte mal, da. Schuss sicher zwei. Oh, eher was ist denn schlur? Reparatur? Feierung. Ich brauche eigentlich nicht... Äh, wo ein Name? Goldene ist. Da. Da kann ich was... Warten. Ja, da drin. Doch. Eins, zwei. Zack, zack. So. Ähm. Äh, so, ne? Klar, was wollte ich jetzt? Beine wollte ich jetzt machen. Zack und zack. Nee. Goldbeinschutz. So, das, was ich machen will. Brauche ich zwar eigentlich gar nicht, aber... Ja, besser ist es. Ähm... Ich nehm die mal mit. Ich hab hier gar keine... Muss hier auf jeden Fall nochmal zurück. So oder so. Ich hab hier gar... Ich hab hier gar... Okay, gut. Und, du kommst zwar mit. Du bleibst aber dann hier. Oh! Oh! Krass. Ach, nö. Da sollst du nicht rein. Eisen kann hier bleiben erst mal. Zack. Und die Plummel. Und die Plummel. Erst mal. Hier hin. So. Ich bin dann erst mal wieder weg, ihr lieben Leute. Überlege nicht. Du seid dann Typặt. Das war's universal.